Weiter geht's mit unserem LP Binding of Isaac Finding Leck mich So und wir haben wieder ein paar neue Gegner hier drin Und wir müssen uns mal jetzt gucken, dass wir hier nicht hängen bleiben Wir haben da ein bisschen leckendes Problem Boah, und die Gegner wollen nicht down gehen Das geht ja mal echt, ja, aber auch mehr Der erste ist down doll Na endlich So Scheißhaufen Fliegen, 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 fliegen Klapp ich durch Und was kriegen wir mit einem toten Vogel Na looool Toter Vogel, was will man mit einem toten Vogel, ey Das ist doch Rotz, ey Das ist genau wie so ein Döner, ey Das ist genauso schön Das ist doch lecker Ja, aber was bringt der hier im Spiel einen Döner Das ist genauso und gleich wie so ein toter Vogel Lol, ein Raum mit zwei Schüssellöchern und wir haben kein Schüssel dafür Ey lol, mal ehrlich jetzt Dunkel laufen Naja, mach mal halt den Endboss, der uns eh wieder umbringen wird Obwohl, Monstro war glaube ich einfach Müssen wir mal gucken Und erwischt uns nicht, was für ein Vorteil Was willst du heute jetzt so, Alter, du kleinerer Knoten Kann ich auch Boah, du dämliches Drecksvieh, Alter, du greifst mich an Ja, du kriegst auch drauf, ja, pass auf Und die Musik ist wieder geil Ja, das gefällt mir richtig Ja, da können wir mal richtig loslegen Boah, du unheimlich ist Mistvieh Ja, Mistvieh von mir Auf die Schnauze oder was Fuck Mistvieh, ey Mistvieh, gestorben Na ja, sicher So, und weiter geht's Nochmal eine Runde Ja, Dilly, gleich so ein großes grünes Viech, ey Warum auch nicht Freut mich nicht, ey Boom, Friend, hä? Sieht irgendwie aus wie dieses Battle-Fiech Na lol Vielleicht meine Bombe verschwindet Ah, wenn natürlich immer alle auf mich, ey Fah, füßt euch von mir Keep going Ja, natürlich, das Viech selber nimmt meine Münze ein Das ist da, ey Nein, Trollbombe Tot Jetzt hab ich ein Problem Warten Bin ich in diesem zweiten Raum So ne, so ne, so ne, so ne, so ne Opferkammer da Aber, wenn ich durchs Tor gehe, ich, äh, krieg ich ein Herz weniger Und wenn ich nochmal durchs Tor gehe, krieg ich wieder ein Herz weniger Zwei Herzen Ja, ne, eins Und ich hab nur eins Und tot Du hast es riskiert? Ja Ja, ne, eins Ey, wir verfolgen schon wieder diese ganzen Pliege hier, ey Kurz hab ich auch das an, ne, ja Das macht das Spiel immer unsympathisch, irgendwie. Yeah, Sonic! Sonic, mein Name, speed my game. Nee, bist du nicht. Hm? Bist nicht Sonic. Klammer. Wir sind da durchgerannt und haben nichts gekriegt. Ey, sowas los ist. Yeah, ein Nickel. Und wieder der Tote Vogel. Alter, was soll der Scheiß? Das Spiel kann mich echt nicht leiden, sonst würde das nicht immer so eine Scheiße eben geben. Ein Dean. Ey, jetzt hab ich in der kurzen Zeit schon wieder so einen Scheiß gekriegt. Hm. Run, ey. Scheißne Schlüssel, krieg ich nur fliegen und Scheißhaufen. Toll. Mal ehrlich, den Namen, den ich gegeben habe, macht echt das, was es ist. Ein Let's Fail. Komm, let's failen wieder. Oh ne, wie du gar vieles schaff ich da eh nie. Oh ne, wie du gar vieles schaff ich da eh nie. Geben niemals fremden Herzen. Denn sie pissen darauf. Das sah aus wie der Teufel. Das ist einer Teufelspakt, den man mit einer Karte ausführen kann. So. Achso, ne, der hat sich gekillt, ja. Das ist aber die 10% Verlust, die man da dabei hat. Ja. Achso. Achso. Mann. Oh Gott ey, du Misfied. Oh, hier rips. Nein, die Treubombe. Komm, du Hoden Kobalt. Komm, du Hoden Kobalt. Mann. Naja, das macht krass. So, haben wir wieder eine Bombe dazugegeben. Ausgerechnet jetzt haben wir kein Geld. Toll, ist das weg. Musst du A weg machen. Ja gut, ich hatte vorhin 27 Münzen. Hm, hab ich gestorben. Und jetzt, wo ich's holte brauche, hab ich's keine. Das Spiel ist echt manchmal sinnfrei. Oh, ein Pilz, den hatte ich ja noch nie. Bestimmt genau so ein Dreck wie alles andere. Oh Gott, jetzt hat er einen großen Kopf. Oh mein Gott. Was, wenn das was bringen würde. Vielleicht bist du jetzt Stärke geworden. Stärke durch einen alten Pilz, na doll. Ich 5. Donne Tag. Wann. Ich 2. Ich bin. Es ist alles ein. nicht ein geheimraum lol ich denke er hätte sein können immer später ist noch mal so und wir probieren es jetzt noch mal lol er hat gerade gelangt nein halbes herz bloß noch und feier und gestorben so und gleich jetzt